Our whole universe was in a hot-dense state that nearly 14 million years ago expansion started way The earth began to cool, the autotrophs began to drool, the angels developed tools, we built a wall We built the pyramids, math, science, history unraveling the mystery, that all started with a big bang Hey! Wieso klären wir das nicht mit Steinpapierschere? Keine gute Idee, nein. Es ist zu erwarten, dass Steinpapierschere unter Spielern, die sich gegenseitig gut kennen, zu 75 bis 80 Prozent unentschieden ausgehen, wegen der begrenzten Anzahl der möglichen Resultate. Mein Vorschlag wäre Steinpapierschere-Echse-Spock. Was? Ganz einfach, pass auf. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock. Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft Stein. Und wie gewöhnlich, Stein schleift Schere. Okay, hab's verstanden. Steinpapierschere-Echse-Spock! Wer kriegt das vierte Wandern? Steinpapierschere-Echse-Spock! Also einer von uns muss aufhören, Spock zu nehmen. Und wie entscheiden wir das? Steinpapierschere-Echse-Spock! Big Bang! Hey!